Tja Leute, ich liebe es, wenn Skyrim einfach mal abstürzt. Immer wieder ein tolles Erlebnis. Wisst ihr, wo wir sind? Ja, im Flusswald. Fick dich. Scheiße. So müssen wir den ganzen Kack normal machen. Ja, wir sind mal da. Hm, eine Bäre und Wölfe und alles so mal töten. Das ist so ein Kotzen. Ich würde sagen, wir gehen um diesmal einen anderen Weg. Ich habe jetzt irgendwie Lust, nicht von da zu gehen, sondern einfach mal von da zu gehen. Von der Knochenspitze aus. Ja. Hm, zum Kotzen ist das doch. Alles zum Kotzen her. So. Naja, ich meine, ein schönes Bild. So, ein bisschen da lang. Vielleicht sind die Abenteuer hier viel, viel schöner. Lass uns auf Abenteuerreise gehen. Ja! Wir gehen die Festung herkunden. Ich habe jetzt gerade Lust drauf. Mit Frust auslassen. Tja. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe jetzt noch nicht mal meine Aufnahme gerendert. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob da jetzt mein... Oh, mit drauf ist von der letzten Folge. Ich kann das echt nicht sagen. Ich weiß nicht, was ich mir angeschaut. Aber... Wenn es dabei ist, kann ich mir vorstellen, wie ich hier drauf gewartet habe, was dann passiert. Ich wollte es ja auch wissen. Ich glaube, das war ein Bär oder so. Aber es war mir nicht vergönnt. Es ist nicht ein bisschen heiß, wenn ich hier reingehe. Ich meine, in Island sind solche Quellen bis zu 100... Also es kocht das Wasser, also es ist 100 Grad warm. Oh ja, das tut gut. Oh ja, 100 Grad nur. Hm. Was ist jetzt für eine geile Formation da oben? Ist ja hammergeil. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Schüppsch hier. Ist das ein Magierstein? Oh. Ne, der Atonarchenstein. Was bringt mir der? Ne. Upsala. Ne, blablabla. Nimm der Teil des angreifenden Zauberschadens auf und besitzt mir Magier. Regeniert sie dafür aber langsam. Nein. Abbrechen. Nein, das will ich nicht. Ist ja schön, dass wir das aufnehmen können, aber... Ich würde es nicht verlieren. Ich brauche meine Magierka. Für diesen magig, geilen, igne Zauber von Witscher. Ich finde es so cool, dass man das jetzt echt so cool miteinander verbinden kann. Dass also auch Wüstungen dabei sind. Was wir ja schon anhaben. Die werden wir übrigens auch mal bald zu verzaubern. Wenn wir einen mächtigeren Zauber haben. Also weil jetzt mit denen, die ich jetzt habe, das nützt doch nicht viel. Das bringt doch gar nichts. Wir müssen schon etwas stärker sein sonst. Ne? Und so. Haben wir das voll versaut. Ich nehme an, ihr wollt mich töten. Ich habe immer recht. Ihr gehört mir. Wir sind verloren. Rücksicht. Jep. Das ist nicht schlecht. Sehr ausgebildet. Die sind echt nicht schlecht. Verdammte Pisse. Sag. Ich kriege euch. Nett. Natürlich ein Antragsjabt. Ja, da. Ochscher Kriegsachs. Immerhin. Aufs anderes. So. Wer will noch sterben? Du. Seh schon. Du brennst drauf. Hahaha. Wotwitz. Du brennst auch drauf zu sterben, ne? Wolltest du dich doch geschlagen, solltest du denn? Weib. Geh in die Küche. Okay. Bis das wäre, das wäre dir alles, das ist bisher, was in deinem geblieben. Ich habe die nicht getötet. Gut, okay. Was haben die denn so bei sich? Ich hoffe, viel Geld. Na, was habe ich denn jetzt das mitgenommen? Verdammt. Okay. Viel zu viel Müll. Nein, nein, nein. Gibt es überhaupt noch einen Eingang? Ah ja, da oben. Ups. Hallo? Ist da jemand? Ne. Alles leer. Das ist ein toller, sehloser Artturm. Okay. Das war eigentlich auch fair, hier rüber zu gehen. Kapusch. Brrrr. Ab geht's. In den Artturm. Von Nebelwacht. So. Hallo? 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 Hey, wer ist da? Was? Hier! Hierher! Schnell! Bevor noch mehr von ihnen auftauchen! Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte keine Panik verbreiten. Was gibt's? Denn da zeigt Gnade. Ihr gehört nicht zu ihnen. Bitte, ihr müsst mir helfen. Ja, wer bist du denn? Es geht um meine Frau, Viola. Oh, verdammt. Ich glaube, sie wird in diesem Turm gefangen gehalten. Oh, sie geht fremd. Es tut mir leid, das ist nur... Ihr habt recht. Bitte, lasst mich erklären. Ja, erklär's mal. Viola, meine Frau, hat den Hof wegen einiger Besorgungen verlassen und kam nicht zurück. Ich suche nur von seit Monaten nach ihr. Nach Mohoho. Ich habe das Gerücht gehört, dass diese Banditen für ihre Gefangenen Lösegeld fordern. Aha. Ich hab kein Geld. Ah, ja. Ich konnte mich an den Wachen vorbeischleichen und habe es bis hierher geschafft. Aber ich glaube nicht, dass ich noch weiterkomme. Ich bin kein Krieger. Bitte könnt ihr nach ihr suchen. Na klar, komm, das machen wir doch. Gott. Bin ich dabei, ich bin immer so nett. Ich hoffe, das ist nicht deine Tour. Ansonsten klaue ich dir das mal. Hui. Das ist ja schön. Danke. Gleich. Aber ich kann euch für eure Mühe in etwa Münzen geben. Den nehme ich auch mal mit. Das ist nett, wenn du mir das gibst. Ja, ja. Ich hole sie dir. Ich hole sie dir. Klappe jetzt. Voll zugekopp gekriegt hier. So. Ihr habt also seine Frau. Interessant. Raus. Raus. Oh, naja. Geil doch. Boah. Das hier geht sowas von ab. So wahnsinnig geil. Ah, warte mal. Wir haben doch unser Zeug noch gar nicht mitgekommen. Wolltest du sterben, hab ich gehört. Mach' ihn grad. Oh, da ist wieder so ein Wagen. Geh mal weg. Fangständer. Wupp. Ständer. Upsala. Los. Los runter mit dir. Geh weg. Schwinde. Ich weiß nicht, was ich gegen dieses Wagen habe. Ich weiß nicht. Ich mag's einfach rumzuschubsen. Meins, meins, meins. Mh. Meins? Haha. Für die Demo. Äh. Nein, nicht den Schrank. Na super. Den Hut. Ich brauch' den Hut. Äh. Ein doppelten Ohr. Wer nimmt denn sowas mit? Sind doch alle krank. Ne. Oh, ein Elfenhelm. Oh, der ist gut. Kann man schon verkaufen. Verkaufen. Hallo? Da ist ja gar nichts drin. Warum soll ich das aufschließen, bitte? Oh, wegen dem Hemd. Oh, das muss ich haben. Das muss ich irgendwie nicht haben. Ne, da ist irgendwas anderes dran. Das sind Pakete. Komm mal her. Wir versuchen das jetzt. Das sah doch schon mal ganz gut aus. Nein! Scheiße, das hab ich nicht gemerkt, wo das war. Ich glaub' hier. Hier. Ha! Wir sehen da sowas von gut. Im zweiten Versuch. Ein Expertenschluss geknackt. Und ich komm' wegen so'n bekloppten Mist hier rein, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Scheiße. Ich dachte, das wär irgendwas Besonderes für irgendeine Quest oder so'n Quatsch. Und ich greif da auch noch rein. Ich hab' nicht deb'n. Kacke. Die, ich verbrauchte deswegen. Super. Raus hier. Ha! Im Sprung mal gelöst. So, hallo? Hi. Wie komm' ich denn da hoch? What the fuck? Ach hier, okay. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Rein da. Hehe. Ich hab' Meisterschutz geknackt mit dem Schlüssel. Ich bin jetzt sowas nur gut. So, Leute. Wer hat die Qual der Wahl? Sterben oder rausrücken? Ihr könnt euch von mir nicht verstecken. Stimmt, ich steh' auch vor dir. Soll ich mich da bitte verstecken? Boah. Uuck. Da war doch noch einer. Du bist nicht die Tür? Äh, die Tür. Die Frau mein' ich. Jawohl. Die Tür. Hm. Logo. Äh, hier war doch irgendwo ein Trink. Äh, nein. War's doch nicht. Hier irgendwas? Ah, nur... Ah, okay. Wir gehen weiter. Komm mit! Wo ist Stand da? Stand da? Ah, ich kann mit diesem Namen nicht sprechen. Wow, the fuck. Im Schlag? Nicht schlecht. Stirb! Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich muss mir Mana besser... ... einteilen. Hallo? Als Kind habe ich davon geträumt mal selbst so eine Festung ganz für mich allein zu besitzen. Tja. Kannst du sagen. Ich, ich, ich halte dich nicht auf. Kannst gern hierbleiben. Aber nein, du kommst mit Stand da. Stand da. Ach, keine Ahnung. Oh, meine Güte, verwirrende Gänge. Was? Was? Oh. Spricht mich nicht an, wenn du nichts zu sagen hast. Hier, wie gesagt, die Festung kannst du gerne haben. Ist schön hier eigentlich. Macht euch bitte. Hey! Hey! Was denn? Was hast du mich an? Ja. Oh, Geld. Geld, 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 Geld. Hier noch haben wir was? Ähm... Ja, die Bergmannskleide unbedingt. Muss ich haben. Deswegen bin ich überhaupt hierher gekommen. Danke auch. Also Schneebuckel. Wer seid ihr? Und was macht ihr in meinem Turm? Ich bin hier nur unterwegs. Viola? Woher kennt ihr diesen Namen? Christa? Ja. Er ist hier? Ja. Der Idiot ist mein Ehemann. Nein, oder? Ich bin Viola. Oder war es früher egal? Versteht ihr denn nicht? Nein. Ich habe den alten Sack verlassen. Bin nach Himmelsrand heimgekehrt und habe dieses räuberische Lumpenpack gefunden. Super. Hat nicht lange gedauert, bis ich den Haufen auf Trab gebracht hatte. Jetzt will jede arbeitslose Klinge von hier bis Winter im bei mir anheuern. Um auch ein Stück vom Kuchen abzukriegen. Hm, Kuchen? Ich bin auch dabei. Ich bin mit dem Kuchen. Für Kuchen mache ich alles. Hähn mit dem Kuchen. Kuchen. Hähn mit dem Kuchen. Und dafür brenn dich. Und sie ist noch nicht zu Ende. Ich sterbe lieber, bevor ich zurückkehre. Das hättest du ihm auch sagen können. Das wäre viel netter gewesen. Ach, der arme Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass der alte Sack mir so weit folgen würde. Tja. Werdet ihn einfach los. Aber bringt ihn nicht um. Ich hasse den Kerl nicht. Ich will lediglich, dass er auf seinen Bauernhof zurückkehrt und mich vergisst. Na gut. Töten will ich sie beide nicht. Danke. Nur Stone weiß, weshalb ich ihn so lange behalten habe. Tja. Er wird ihn wiedererkennen. Erzählt ihm irgendetwas, das ihn zur Abreise bewegt. Ja, mach ich schon. Der Ring ist wertvoll. Ja. Und haltet ihn als Dank dafür, dass ihr mich von den letzten Fesseln eines unerwichtiges Zeltes befreit habt. Aber egal. Dankeschön. So. Kann ich noch irgendwas klauen? Was ist das denn? Kraftlosigkeit. Kann man gut verkaufen. Hm, nein. So, das kann ich so weiter wegpacken. Schwere Rüstung verbessern. Sehr schön. Obwohl ich sie nicht wirklich brauche. Äh, nein. Äh, nein. Hm. Er macht sich ganz müde. Geld, 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 Geld. Alles meins. Was ist das denn? Aha. Ich habe nicht damit gerechnet, euch wiederzusehen. Ich bin immer noch hier. Meine Güte. Ich habe nie gerechnet, euch wiederzusehen. Hoi. Oh, verdammte. Aua. So, was sind wir überhaupt reingekommen? Ah, vorsichtig, 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 vorsichtig. Also bereit. Wie. Schneller. So. So, jetzt müssen wir den armen Typen verklickern, dass seine Frau, äh, hier zwar oben ist, aber nicht da ist und, äh, dass sie zum Bauern aufgehen soll. Tiiiihihi. Tiiihihi. Tiiihihi. Musste sein. So, der Wagen ist ja auch irgendwo. Wagen. Besen. Was ist denn noch alles? Trotharn. Ne, was ist das? Okay. Axt. Was ist das? Achso, ich dachte es wäre Gold. Gold. Gold, 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 Gold. Ach, hier ist er ja. Danke auch. Welche Neuigkeiten. Warum ist Viola nicht bei euch? Ihr Ehering. Dann gibt es noch Hoffnung. Sie war hier. Ich muss weiter, wenn ich sie will. Nein, der muss zurück. Sie ist hot. Bitte nehmt die Münzen, die ich euch versprochen hatte. Möge es denn da euch sein. Ach, mach was du willst. Tut mir leid, ich hätte dir auch gerne eine richtige Geschichte erzählt. Ach, jetzt müsst ihr ihr noch was sagen, oder was? Man. Na super. Ach, hier ist sie doch. Ach. Höh. Ähm. Okay. Oh, ihr seid es. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr ganz alleine damit klarkommt. Seid ihr Christa losgeworden? Ganz alleine? Ich habe hier noch einen Freund bei mir, verdammt. Wie habt? Nein. Vergesst es. Ich will es gar nicht wissen. Ne, muss doch nicht. Ich bin den kleinen Mann los. Das ist alles, was zählt. Oh, ist das ein Haltrandom? Ich stehe in eurer Schuld. Und ich werde sie begleichen. Wir werden uns eines Tages wiedersehen. Doch für heute lebt wohl. Und vielen Dank. Das ist dein Dank. Hier ist ein Bett. Lass uns doch einfach, ne? Wir beide? Vielleicht? Weiß nicht. Wie wär's? Komm, du willst du doch auch. Und ich bewerf dich mit Eimern. Wir brauchen etwas. Was? Was? Komm her. Komm, wir wollen doch... Oh Mann. Geh doch gerne im Wagen. Haha. Im Wagen. Versteht ihr? Okay. Raus hier. Geh doch rumgewäkelt. Wie? Wir wollten ja eigentlich einen Rifthorn, ne? Tja, da sind wir schon wieder ganz schön abgeschweift. Ich würde sagen, wir bleiben hier an die Nacht. hier. Low Brown 가�聖 keyword. Gimm locken. Danke, jedoch. Fix Wohooo! Schneller! Noch schneller! Und zack! Ja, keine Ausdauer! Merkt man! Aber gut, ich hab heute wirklich nicht mehr. Ich muss ehrlich sein. Hallo Fuchs! Hallo! So, können wir wieder rennen. Ein kleines Stück. So, davon ist eine Höhle! Eine Höhle! Eine Höhle! Oh, ich dachte, ich wäre schon so eine komische Spinne hier. Aber jetzt ist es nur ein Farn. Oh, was war denn hier? Eisen? Ach, Eisen! Wir brauchen ja schon Eisen heutzutage! Nein, oder? Sag jetzt nicht, wie wir sind... Pfff! Voll abgedriftet! Fuck! Fuck! Verdammt! Scheiße! Wir wollten dorthin! Oh, Mann! Uhhh... und wie kommen wir dorthin? Wir führten Weg lang. So... Uhhh, zum Kotzen ist es doch hier! Mann, oh Mann, der ist immer noch falsch gelaufen... das ist das ist die das der die andere der Schilder Was ist denn da? Hilf mir. Zack. Das war's dann schon heute mit dir. Ach, wir müssen langsam wieder anfangen zu sehen, dann zusammen. Was ist denn jetzt, das Ding hier? Nein, nicht den Elfenstreitkolben, so ein Quatsch. Äh, ja, den wollte ich. Haben wir den jetzt? Jo. Gott, pack wieder weg. Keine Panik. Oh mein Gott, ist das ein Riese. Oh, hier ist ein Mammut gestorben. Tut mir leid, mein Freund. Tut mir echt leid. Oh, der ist badet. Ich gehe hier nur vorbei, keine Sorge. Ich mache hier gar nichts. Guck mich gar nicht so an, hier, ja. Gott. Das ist schon wieder so ein nerviger Wolf. Mann. So, den anderen Hammer. Wams. Dankeschön für die Seele. Ich brauch die nämlich. So, was ist das denn? Ah, nicht schon wieder so ein Backbaum. Ach, Mann, das ist so ein Kratzen. Ein Backbaum? Ein Baum zum Backen. Gibt's doch. Blitzchenformen. Hab's noch Bäume? Ach, komm, jetzt Bäume kaufen. So, die Form. Das versteht sich, ne? Ah, noch ein Wolf. Oh, eure Seelen. Geh mir eure Seelen. Die Seelen. Danke. Ach, ich soll sterben. Boah, wir haben schon drei Seelen, vier Seelen jetzt gefangen. Gleich mal, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, das Skyrim-Zeichen. Oh, wo führt denn das hier hin? Da gehen wir jetzt mal hoch. Weil immer so schöne Torbögen hier sind. Die sprechen mich an. Hallo. Alles, Watberg? Ich sag doch, die sprechen mich an. Alles, Watberg? Hallo, Säule. Oh, was ist das hier? Hm. Hm, keine Ahnung. Alles, Watberg? Alles, Watberg? Ja, ist ja gut, Säule. Mann. Oh, mein Gott, was ist denn das hier? Bsslufelt. Was? Emslu... Bsslufelt. Was? Mann, ich kann das nicht lesen. Tue ich auch nicht. Ist ekelhaft. Äh, ja, keine Ahnung. Da ist irgendwas offen. Ich würde sagen, wir gehen mal einfach mal rein, ja. Lassen wir uns nicht länger aufhalten. Zack. Zwergenlager... Ach, hier, das sind Zwergenfestungen, oder was? Oder wat? Ey! Ist ekelhaft. Ähm. Hallo? Oh. Danke. Äh, ich sag so Danke. Drehbärkonvektor. Was ist der Wölle? Äh, ich würde sagen, das machen wir auf... Warum muss das immer mit Schloss verbunden sein? Au. Mein Dietrich. Was? Hau mal, mein Dietrich. Es ging für irgendein Körperteil, mein Dietrich. Äh. Vergessen wir das wieder. Mann, warum geht das wieder auf? Ah, hier. Sehr gut. Hallo? Oh mein Gott. Ganz viele... Oh. Danke. Hu, 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 hu. Hammergeil. Ziemlich viel Kram. Das ist doch nicht dein Ernst. Das mache ich jetzt nicht auf. Mach lieber das auf. Mmh. Ex-p... Nein. Oh man. Für den ersten Versuch war das verdammt... Ups, da. Nein. Mist. Ach komm, dieser eine halbe Minimena da. Ah, okay. Nein. Nein. Nein, muss ich dich. Jetzt kann doch nicht wahr sein. Nein, nimm mal am Ende. Na, endlich. Hallo? Oh. Nicht schlecht. Äh, die will ich nicht haben. Das ist immer den ganzen Quatsch hier. So, da kommen wir wieder in den anderen Lagerraum. Ist klar, haben wir durchsucht. Raus hier. Da, dass wir das jetzt entdeckt haben, würde ich mal meinen, damit wir nicht schon wieder so schnell überladen sind. Ähm, schmeißen wir uns soeben mal nach Weißlauf. Oh mein Gott, wir sind doch schon wieder falsch gelaufen. Ich krieg's nicht hin, gell? Ich krieg das nicht hin. Ach, weißt du was? Wir laufen doch. Wir müssen da hoch. Ey, ich bin echt zu blöd für diese Wege. Ich weiß nicht, wieso. Ich krieg das einfach nicht hin. Puhu. Oh, diese Kackbäume, ey. Das ist so zum Kotzen. Meine Güte. Also, wenn ihr mir einen Tipp geben könnt, wie so mit Skyrim and Dona Stütz und wie so diese Bäume so komisch aussehen. So total verpackt und so. Dann schreibt sie mal über den Kommentar oder so. Oh, was ist denn das ein cooles Zeichen hier? Skyrim Zeichen. Oh, Mann, hält sich das zum Kotzen aus. Ich will jetzt aber auch nicht wieder neu starten. Ach so, ein kaiserliches Militärlager. Alles klar. Was haben wir hier unten? Irgendeine Höhle. Platsch. Steinbachhöhle. Da geh mal rein. Ist das Pilze? Ne, ist Muscheln. Brauch ich unbedingt. Und ab geht's in die Dunkelheit. Oh, Mann, was ist denn hier passiert? Na, eine Runde Abhänger. So, ein schlechter Witz. Schaufel. Was ist das für eine fette Schaufel eigentlich? Das ist eine Schaufel. Das ist, keine Ahnung, ein Riesenlöffel? Mit abgeflachter Kante? Auf jeden Fall ziemlich merkwürdig. Oh, Mann. Hätte ich denn nicht einen ordentlichen Weg bauen können, jetzt werden meine Füße nass. Na gut, wir sind gerade baden gegangen. Die sind sowieso schon nass. Aber hey, trotzdem. Wenn wir das in Minecraft können, dann könnte man wunderbar einen Holzweg-Tuber bauen. Oh, Stickspielern bauen. Mann, oh, Mann. Was? Was? Man kann sich überhaupt nicht ansprechen hier. Wow. Wir haben hier wohl einen Helden. Danke scheiße. Ah, heftig. Was war das? Heilige, kranke Scheiße. Das waren doch gerade beide. Wow. Diese Zau ist wahnsinnig. Wahnsinnig geil. Mann, wer baut denn solche Flüsse? Ja, man baut ja Flüsse, die kann man nicht natürlich, ne? Nein, nein, die muss man erst bauen. Vorher. Na? Da. Das waren die Flussbauer. Das sind die Ausbildungsplätze, die sind in der Flussbauerei. Willst du mich hauen? Ja. So, tschüss. Sorry, ich wollte es ja nicht, aber du musst ja unbedingt provozieren. Die muss ich öffnen. Das war schwerer als gedacht. Danke, danke, danke. So, und jetzt? Da kommen wir doch gar nicht hoch. Ach, was ist denn Betrug? Bin ich ganz im Quatsch umsonst gelaufen, oder was? Muss ich da rein? Eindeutig nicht. Ah, wie komme ich da hoch? Ich versuche es mal über die Felsen, ja? Ja, so. Okay, das ist so rutschig, eindeutig. Aber. Ich komme nicht hier. Alles glaube ich, gehen wir raus. Tschüss. Es hätte alles friedlich ablaufen können, ich wollte mich nur ein wenig umsehen, aber seid so aggressive Menschen und müsst mich unbedingt töten, dass es nicht so ganz geklappt hat. Wie ihr seht. Ihr seid zwar schon tot, warum rede ich eigentlich mit euch? So ein Quatsch. Ihr habt überhaupt keinen Sinn. Egal. Egal, wir müssen mit denen reden, weil sie haben ja keine Verwandten. Oder andere Leute, die mit denen quatschen wollen. Ich muss es halt tun. Nass. Muss hier immer alles nass sein. Warum kann denn niemand diese Höhle trockenlegen? So abpumpen oder so. Jetzt sind schon alle Bäume schwarz, oder was? Boah, das regt ja noch auf. Zum Kotzen her, das ist alles wieder zum Kotzen her. Das kotzt mich an. Das kotzt mich an. Das kotzt mich maximal an. Okay. Jetzt habe ich es doch werben gemacht. Für Knarkat war. Tja. Oh, endlich mal was, was, äh, ja, Erfolg verspricht. Genau, ein Grab. Ich bin so ein toller Grab-Schänder. Hahaha. Ich liebe es, Grab zu schänden. Das macht Spaß. Viel Spaß. In diesen dunklen, bösen Höhlen zu, um zu watscheln und, und Tote zu töten. Ähm, nee, zwar schon Tote sind, aber ich sie noch Töter mache. Das ist nicht die Stängelung in Form vom Tod. Was ist das? Haben, Will. Was ist das? Was, ein Steinen-Puscher-Ei? Oder was war das? Oh, wie süß. Na, kleiner Hase. Lass dich fangen. Anwiel, nee, Ansilwund. No? Das ist eine Höhle. Gefährlich. Mann, die sind auch schon so weit. Ich will deine Seele. Ich will deine Seele. Ach, Mann, oh. Entschuldigung. War nicht meine Absicht. Oh. Das ist natürlich wunderbar. Dankeschön. Sehr nett von euch. Ach, diese Schlösser, die man öffnen muss. Wie jetzt? Das ist kein Stück bewegt. Nein. Also so klappt das schon mal nicht. So klappt das aber. Ja, haha. Na, warum muss ich das mitnehmen? Na gut, sonst. Das ist Geld? Ja, eins. Und ab geht's in die dunkle Höhe. Das ist ein Apfel, ja, ja. Und das hier? Ach, schade. Ups, oder? Okay. Was ist das denn das überhaupt hier? Ja, muss es ja. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Nee, das ist es hier. Nee. Doch. Nee. Das da unten ist es. Nee. Doch. Nein, doch. Oh. Woo. Zack. Wir gehen jetzt einfach rein. Scheißegal, ob es das ist oder nicht. Es hat es einfach zu sein. So, erst mal plundern. Warum habe ich die Laterne mitgenommen? Ich wollte die nicht. Jetzt gehen wir zum bekloppten Laternen. Wagen. Macht euch bereit für den Kampf. Na du? Ich rieche auch schon mit zwei Dingen in der Platte, ne? Drei. Komm ruhig. Bams. Wark. Ich gehe da lang. Kommst mit. Stellen wir. Was? Zack. Ach, eigentlich müsste ich die mal hauen, weil das bringt mir ja viel mehr, als zu zaubern. Weil Seelenfalle und so. Hallo. Äh. Nein. Ach, hier geht's hoch. Sehr gut. Was? Was spricht denn da? Muss ich hier lang? Naja, wahrscheinlich. Maybe gibt's hier gar nicht. Okay. Boah. War das? Ah ja, na drüber. Hehehe. Ach, komm schon. Das wird mich doch verarschen. Das geht doch. Danke. Wenigstens habe ich keinen Dietrich versemmelt. Bin ich stolz auf mich. So viele komische abgebrochene Löffel hier. Dach. Bams. Verbrennt alle, verbrennt alle. Nicht reinrennen. Ach, du bist so ein Trottel. Das war schon Blitzschläge. Geh, du bist so ein Trottel. So. Gesehen, so macht man das. Komm schon. Verdammt, ich wollte ja eigentlich auch die anderen Viecher töten. Ach, so ein Mist. Bring's mal um. Dankeschön. Das war wie viel der Sinn der von denen hier. Boah, schon mal schon wieder fest vieles zu sein, ja? Was ist das denn? Das ist irgendeine Druckplatte, auf die wir nicht, besser nicht treten. Sturmmagier. Das ist mir aber fix. Ha, viel zu schnell. Schade. Ha. Boah. Weib. Weib. Mann, die ist mein Typ. Typ. Boah, schreck mich nicht so. Was hast du denn dabei? Oh, dankeschön. Ach, immer diese Drohung. Warum bist du die immer verschlossen? Ha. Oh, Leute. So, ich hab schon wieder den falschen. Ich hab keinen Magiker. Danke, dass du mir das entziehst. Weib. Ich brauch das vielleicht. Aua. Werde ich das mal wieder schnell aufladen. Ich hab die doch getroffen. Was soll denn das hier? Ach, stört nach. Aber echt. Hallo? Hallo? Oh, oh, oh. Wow. Ich bin Lua als Garven. Was? Wer seid ihr, dass ihr mich stört? Verschwindet, oder ihr werdet Teil meiner Armee der Toten. So, so. Ich bin übrigens Geralt. Danke, dass du mich so freudig empfängst. Ich bin ein Drachenblut. Ich bin berühmt. Ach, schon in Ordnung. Gut, du willst mich nicht grüßen, aber du kennst mich, hä? Du kennst mich. Jeder kennt mich. Ich bin das Drachenblut. Komm. So, wir sind das komische Weibstück hier. So. Jetzt haben wir was Interessantes. Äh, nö. Nur Wein. Alles Alkoholiker hier. Mann, oh, Mann. Toll, kurz sprich doch nicht. So, bitte sprich doch ja nicht. So. Erwachet. Ich brauch eure Seelen. Erhebt euch aus euren Gräbern und tötet ihn. Danke für die Seele. Ach, Mist. Ich brauch deine Seele. Kriegst du, kriegst du? Mist, kein Seelenstein ist groß genug. Ich hab anscheinend keine mehr. Toll. Das ist jetzt blöd. Ihr kommt, wie gerufen. Danke sehr. Hä? Wow. Huhu. Ups. Gut, dass ich da nicht drüber gelaufen bin. Oh. Da kam irgendwas auf WhatsApp oder so. Ach, ich hab's gepockt, sie zu öffnen. Ah, ja. Nee. Äh, wiii. Platsch. Musste sein. Geht's hier überhaupt weiter? Was, worüber du vorhast, mach weiter. Und brenne dabei. Und geh mit dabei, dass du schon dabei bist, wenn du gerade nichts willst. Vielen Dank für die Seele. Kein Seelenstein ist genug. Oh, mein Gott. Warum hab ich das so betont? Danke. Hm. Hm. Nee, da geht nicht weiter drauf. Nein, deutlich nicht. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank für die Blumen. die 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 ganz ruhig bleiben ja das alles was ihr könnt ach ich hab' das ist ein Seelchen das ist auch wenn ich hier anzufassen nein anzufachen ich bin doch kein herr ich glaub du widerstehst dem aber ja ich hab' ich will mal deine Seele wenn sie noch so ist verdammt wird noch irgendwo so anders wie oh und so bin ich weggegangen ähm ähm das bringt mir das überhaupt nicht den Schaltung lege erstmal hol' ich mir den da und den da den hatte ich schon gelesen Luhas Tagebuch äh geh mal beiseite der hat mich nicht ich werde dich sowieso töten ach hier lang müssen wir ja stimmt äh krieg ich irgendwo einen Hinweis wie die auszusehen haben nicht das ist unschön wenn diese Kälte meine Finger noch weiter einfrieren lässt wir dich kaum eine Waffe halten können das ist eine Schlange das ist der Delfin das ist eine Schlange das ist der Adler also Adlerschlange Delfin Schlange das riecht mir hin Adler Schlange Schlange Delfin und die Schlange mach auf nicht drauf treten nicht drauf treten stellen wir drüber springen drüber springen drüber springen na gut so geht's natürlich auch da bimmelt's hallo ich bin da nicht drauf getreten doch du Trottel du aber ne ich war's schon am besten wir gehen da einfach ganz entspannt vorbei das machst du gut naja hältst du die Grenzen na mein Freund da vorne scheiße wie machen wir das jetzt Aua 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 ist aber gut hier schaffe ich du miese kleine hier wo braucht man die gib mir die Seele Dankeschön Dankeschön vielen Dank vielen Dank ah Dankeschön Dankeschön kann gerne da liegen bleiben ich brauch's nicht unbedingt mitnehmen los kommt raus ich warte nur auf euch will ich irgendwas mitnehmen danke Aua ich nehme Rache für den Tod meines Ehemanns erhebt euch deswegen machst du den ganzen Aufstand wegen dem toten Mann wie schlecht ich frage welches wäre es geht es geht верcher kann ich Tool wir haben eigentlich nicht die soll waren Scheiße, ich bin auf der falschen Seite. Ach, hier lang. Ah, wer baut denn solche komplizierten Wege? Äh, nein. Das kann gerne hierbleiben. Aua. Doch. Wer baut hier so viele Fallen ein? Wir speichern mal. Ah, nee, das ist wieder so ein überstarker Gegner. Zack. Oh, es bespürt ein komisches... ...was auch immer Wesen. Genauso macht man das. Genauso nicht anders. Weee. So. Immer noch nicht am Ende. Ich geh da einfach... Scheiße. Ha, 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 ha. Scheiße. Ha, kalt. Es ist kalt, hör auf damit. Ich mach dir Sorge mit dir. Ich muss nur die Seele haben. Ach. So, dir geht ja auch immer an der Stimme drauf. So, will hier irgendwie mal was von mir? Die Untoten vielleicht. Los, sprich. Wollt ich nichts zu sagen? So was. Ach doch. Vielleicht liegen bleiben. Vielleicht liegen bleiben. Aber es würde eine ganze Armee auferstehen lassen, um diese Schande zu rächen. Vielleicht liegen bleiben. Noch irgendjemand? Ach so. Das war scheiße, knapp, verdammt. Uiuiuiui. Und ihr geht wohl nicht drauf, oder was? Äh. Puh. Ne, ich misste mich mal ganz kurz, äh, so ganz für ein, zwei Sekunden mal, das da. Da wohl, wir haben eine Schnellheilung, ja? Hark. Hark. Nicht genügend, Mana. Ja, wunderbar. Danke, dass du mich dran hängst. Ah. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Hark. Immer falsch, dass du hier. Zack. Genau. Mein Lieblingszauber. Ich muss hier mal auf den Boden gucken. Ich muss mich gewöhnen, ja. So. Bist du jetzt hier? Ich warte noch mal kurz. Wenn dein Leben regeneriert hat. Und so lange spiele ich hier Fahrstuhlmusik. Denmar? Bist du noch da? Lebst du noch? Hallo? Ach, da ist er ja. Hallo. Okay, wir finden es noch mal. Wird mir eine ganze Quatsch hier nochmal machen müssen. So. Hallo. Ich bin bereit. Komm her. Komm her, Vibe. Wo bist du? Sie haben seine Leiche verbrannt, bevor ich ihn auferstehen lassen konnte. Sie hätten sie mir bringen sollen. Ihr werdet mich nicht davon abhalten können, jene zu töten, die diesen sinnlosen Krieg führen. Los geht's. Die sind ja mal ganz schön. Verdammt. So. 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 Tschüss. Geld? Oh. Tschüss. Das nehm ich mit. Oh, was hast du denn dabei? Scheiße. Geisterklinge, die nehm ich immer mit, ja. Gut. Was hat denn die Geisterklinge so an sich? So interessant ist. Oh, nicht schlecht. Die machen wir gleich mal kaputt. Jawohl. Ein Zauber. Nein. Kann ich die Geisterklinge da? Nein. Nein. Ach, bestimmt nicht. So was aber auch. Das können wir dann auf unsere Dinge anwenden, ja. Ja. Und das andere geht wohl nicht hier. Na gut. Gegenstand. Wir nehmen unsere Röstung. Wir zaubern das mit. Hm. Okay, wir lassen das. Ja. Ja, ja. Ganz schneller. So, wo geht's hier raus? Was? Gibt's denn noch irgendwie was für mich? So ein... Hier, wisst schon. Dieser Zauber da. Ah. Das ist natürlich auch super. Ach, da, okay. Da ist der Ausgang. Alles klar. Aua. Hui. Und zack da. Komm. Gib's mir. Ich will's haben. Aha. Wildenschild des Blockens. Hab ich noch Platz? Ja, hör mal her mit. Hör mal her mit dem Kratsch. 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 Das nehm ich mit. Ah, wieso nicht? Vielleicht bauen wir den ja irgendwann mal. Äh, nein. Oh, so viele Seenstände, das finde ich sehr gut. Okay. Geh mir. Schade. Ich hab echt auf so einen tollen Dings da gehofft, ne? Blöd. Mann. So ein Drachenschreiter, ihr wisst schon. Oh, wo sind wir denn? Ach so. Hier waren wir noch nicht. Ach hier, alles klar. Ich war's nicht. Hui. Wagen. So. Was hier? Gut. Geschafft. Wieder eine Höhle. So. Und weil mich das jetzt gerade aufregt, wieder hier. Bäh. Mach ich hier noch mal bestopfen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.